so meine damen herren herzlich willkommen zurück zu der vision 2 ich habe ein problem gehabt und zwar wurde mein spielstand nicht abgespeichert das heißt also wir könnten ja wie soll ich sagen von vorn anfangen ich habe da noch was gehabt ein booster habe ich jetzt eingesetzt dass wir wieder an der stelle sind wo wir sind gewesen sind gestern also bei level wir waren ja bei level 220 ich habe geboost auf level 30 das wird ein bisschen schneller vorangekommen sonst muss ich alles wieder von vorne mache ja mein speicher spielstand ist zerstört worden also ich konnte immer laden fragt mich jetzt warum ich habe immer eine fehlermeldung gebracht da ich mich informiert es habe auch manche gehabt das ist ein bug vom letzten update also habe ich mir überlegt was ich jetzt machen alles noch von vorne machen dann sind paar tage umsonst gespielt oder paar stunden ich habe gedacht kommt mir schon jetzt ein boost und tun zwar auf level 30 booten aber wir müssen trotzdem noch alle missionen dann noch mal machen bzw ich habe ja schon etwas angefangen zu machen von den missionen wo wir gehabt haben ich habe ja zum glück ja noch die letzten zwei videos gehabt da konnte ich mich etwas orientieren was wir schon haben an waffen was nicht und jetzt bin ich gespannt bei level 30 was wir dafür waffen so bekommen haben und bekommen werden ja jedes machen wir hallo jetzt geht es wieder hallo ich möchte gern hier jetzt geht es was kaufen ja das sieht man ich habe alles wieder so hergerichtet wie es wie es war jetzt müssen wir kurz gucken die können verkaufen lass mich jetzt erstmal kurz kurz zum zum inventar dass ich gucken kann was ich was ich für waffen habe hier da sind nämlich paar waffen dazu gekommen okay das dauert gerade einen kleinen moment ich muss mich hier gerade mal kurz 12 was ist okay das passt da kann ich die zwei waffen nicht verkaufen mache ich will verkaufen die 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 ich hab ja scheiße ich habe ja die noch gebraucht material zu viel verschrottet aber ist egal so okay gucken wir mal was was wir so bei den beiden waffen da unten machen könnt es geht gleich weiter 18.000 ich brauche da das die dinge ok ja gut ja sie ja bitte bewaffnet das sind die ganzen schützpunkte wird es machen können aber wir sind ja hier noch wir sind ja noch beschäftigt mit den ganzen missionen hier eigentlich ja dann machen wir mal die siedlung dabei frei und dann schauen wir mal wie es jetzt weiter geht mit den ganzen einzelnen projekten haben wir natürlich auch noch hier ja wenn wir jetzt erst mal gucken wie wir es jetzt machen das jetzt hat natürlich jetzt ein bisschen blöd dass der speicherstand kaputt ist den fall habe ich auch noch nicht gehabt er war kaufen verkaufen ich möchte jetzt erst mal orientieren hier was ist das jetzt ich will das hier haben ich kann verbessern ok ich schaffe die haben wir das verbessern ich kann das auch mal verbessern ich will das noch verbessern habe ich noch was zum verbessern ich weiß verfügbare punkte 150 haben wir noch ok dann machen wir das noch das noch habe ich noch punkte cool ich habe auch viele punkte machen wir das voll das noch voll gehen wir gerade mal da aktivieren ich schieße gerne mit der ähm mit der waffe hier die jungen gesagt ist alles neu sie legen ihre ziele gern aus der ferne auf was na klar danke auf jeden fall ein einsatz abgeschlossen ist gut begonnen ok ähm den wir gerade mal öffnen schwer herausfordernd jetzt müssen wir erst mal die siedlungsblockade wegmachen dass wir da wieder hinkommen also es gibt einiges zu tun die jungen gesagt hat alles ein bisschen dunkel auf dem lager ist ja leer oder ich habe noch fünf dinge zum aufmachen machen wir gerade mal kurz schnell auf die bälder ok machen wir jetzt nichts bälder auf nächste bälder ok und der nächste bälder jetzt kommt das bild auf an jetzt habe hier du klasse enthalten alle drei haben jetzt da drin ich muss halt auf die punkte gucken wie viele punkte wir jetzt haben kann ich hier zerlegen ich kann jetzt doch die kann ich zerlegen zerlegen wir mal als schrott markieren sehr gut ja und schrott zerlegen so können wir die eine waffe nicht hier das lager verlegen jetzt haben wir nicht wieder platz so jetzt können wir nicht nur was machen hier mit der besiedlungsblockade also sorry dass es dumm gelaufen ist jetzt ich habe echt keine lust gehabt alles noch von vorne zu machen ja ich komme da schon ich tue da die siedlungsblockade doch schon weg machen meine herrschaft zeigt noch einmal so also wir sind jetzt auf dem weg zur siedlungsblockade dass wir wieder zum campus fliegen können äh reißen können so ich schaffe ich komme mit der waffe auch klar ok passt so nehmen wir gleich mit feuerzeug feuerzeug kann man verkaufen ist schrott da geht es schon wieder ab hier oder was als weit war schon in der folge das mal jetzt auch gleich total vergesse zu zu ändern sorry ich muss mal kurz in die einstellung gehen äh geht hier gar nicht ok doch schwebend so jetzt schwebend ist rechts dass ich rechts die markierung rückwiel schade ich mache nicht immer so komisch hier rumfliegt die die schäden wo ich dann an markiert habe wo wir zu der öffentlichen hinrichtung ich wollte etwas anderes machen ich wollte jetzt erstmal ein bisschen laden hier die erste geistige wieso schon tot also rennen wir mal ganz einfach da hin also wir haben jetzt bis level 22 gebaut es hat immer viel gefehlt bis level 30 aber tut mir leid wenn mein speicherplatz kaputt gegangen ist oder ja konnte ich nicht mehr reparieren ich habe auch keine sicherung gemacht das heißt also ich habe keine cloud cloud hochklader ab oder 100 klater ab wie man das auch immer sein mag auf jeden fall sind wir jetzt hier wieder im spiel level 30 hoch gepusht jetzt sind wir auf dem weg zur siedlungsblockade die dinge habe ich alle noch sehr gut die sind jetzt alle etwas stärker hier ganz besonders der tut hier jawohl sehr gut also jetzt müssen wir die ganze invasion aufhalten ich habe gesagt so weit war ich noch gar nicht jetzt hat alles neu neu land für mich bei ihm ist recht aufpassen da ist ja noch jemand jetzt vergesse zu gucken warte es geht gleich weiter ich muss gerade mal kurz gucken ob die die gemordet ist die waffe hier ich glaube schon dass die voll gemordet ist oder ich bin jetzt kurz wieder vorwärts noch mal kurz durch dann lassen wir das so habe ich jetzt ich habe jetzt überhaupt kein mod reingemacht marmolstabilität rein so jetzt sorry für die kurze unterbrechung unser ziel ist ja immer die siedlungsblockade weg zu machen da geht es immer richtig ab hier ich tue mal vor allem alles aktivieren hier da steht ja schon einer die sind ja schon voll im gang hier oha oh net 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 die bitte so lange da unsere trifft ist mir alles egal ich habe jetzt zu uns treffen ja ich muss gerade nur kurz hier ich muss mal heilen system fehlfunktion auch noch ich muss das hier weg machen so da ist schon weg er ist auch weg so lange da betrifft ist mir ist mir alles egal zu der seine position wechseln ist schlecht aber ich denke wir haben gleich wenn es so weiter geht komm 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 ja ja ich muss kurz nachladen jetzt habe ich hier noch gehabt erst mal alles mitnehmen bevor wir dann die blockade hier lösen ich glaube die blockade du wirst schon lösen hier ab wo seid ihr naja kommen sie ja schon mal ich habe was für euch kennt ihr die kind kennt ihr meine waffe überhaupt schon ich kann mich nicht um alles kümmern jungs warum geht es einfach mal habe ich alles davon nicht geistige gerettet wollen ich doch gar nicht mann er kommt wieder alles hier kommt wieder alles alles zusammen hier der gummischub weiß auch nicht wohin will der ist zum glück tot ist auch tot also jetzt gibt es viel mehr action man sieht die gegner die gegner werden auch immer stärker hier keine mit ja ich habe keine munition mehr schlecht muss ich halt alles mit mann schafft fühlst du gewählst machen ich muss gerade mal kurz hier warnung ja ich muss gerade mal kurz hier meine munition auffüllen Mensch wie ist das munition auffüllen geht hier lass es bitte da oben sein ja ich habe es gefunden ganz schnell auffüllen komm 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 jawohl ich habe jetzt wieder munition das ist unfair ich muss jetzt erstmal mich mal kurz wieder heilen es kommt anders so eine scheiß drohen oder was langsam wird es hier echt unfair aber das ist das ist der schwierig grad grad hier was wir hier sehen die probleme werde auch haben dabei stufe 30 zeit der ist tot auch tot ich kann mich gerade um nichts kümmern hier haben wir es geschafft endlich habe ich es geschafft hier das war jetzt eine akte akte vernichtung blockade ja da kann man sie wieder frei sehr gut jetzt auch gleich hin zum campus jetzt habe ich einen schlüssel gekriegt für was denn für was haben wir jetzt einen schlüssel gekriegt die munition können wir leider nicht aufnehmen für was haben wir jetzt einen schlüssel gekriegt gute frage nächste frage rettungs wo muss ich jetzt was sichern dahin gibt es was zum sichern oder was guck hier gibt es jetzt immer was zu tun ich will material noch ein bisschen einsammeln kann ja in die wiese was man das material hier gebrauchen könnte da ist eine verschlossene tier die machen wir gleich mal auf warum war die verschlossen ja es ist gut wenn er verbindet ist bringt mir bloß nichts in meiner situation jetzt gerade im moment ich muss ja schließen rettungs da geht es raus ein rettungseinsatz noch leiten hier obwohl ich gar nichts gemacht habe ehrlich gesagt so ist es vielleicht besser vielleicht schon decken gehen dass ich denn hier dann hier alles hier abhauen kann ähm massakieren kann und wo ist die geißel jetzt ah ok äh ich würde sagen unser kontrollpunkt wird angegriffen ach komm ich mache jetzt mein kopfgeld das ist gut dann machen wir das kopfgeld ich würde jetzt mal sagen hat irgendwie funktionieren ein gps system nicht ah ist egal die halten kontrollpunkt ich habe ja schließlich jetzt was besseres zu tun hier zwei ziele zu neutralisieren denkt mal das kriege ich hin wenn ich da irgendwie hochkomme wird ah da geht es jetzt hoch ich muss ein anderer weg benutzen ist der weg zum überlegen wie ich da reinkomme ich weiß da gab es irgendwo einen weg dieser weg wird kein leichter sein denn kopfgeld hätte ich ganz gerne so geiler kopfgeld vielleicht kriegt man ja noch so geiler shit da geht's da geht's rein guck hier müssen wir wahrscheinlich hier hoch hier 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 durch ja ich bin jetzt ich bin jetzt ganz lustig wo wir überhaupt jetzt genau hin müssen da ist eine waffe was haben wir denn so na nehmen wir mit wenn wir mal auffüllen also die kopfgeldjagd machen wir jetzt noch fertig ja der ist tot der ist auch tot der deckt daneben das war ein treffer das war's gut okay kann ich ja meine drohen wieder rein tun so wie ich ab und zu am überlegen bin ich bin erst grad ja von einer viertelstunde rausgekommen ich habe meinen OPS neu installiert wir müssen wegen den Soundproblemen in den letzten paar Folgen jetzt tut mir leid ich habe jetzt OPS neu installiert es gab irgendeine Veränderung ich hoffe ihr habt jetzt auch wieder Sound im Spiel okay hier jetzt warten wir gerade noch gut können wir mal starten hier bewacht das soll nichts mehr bewachen bewachen ist vorbei ich habe jetzt für euch oh ich treffe nichts mehr ah das war unglück da sich da hinzustellen der ist tot die mit ihren scheiß Waffen hier ich bin übrigens gleich tot ich sollte mich mal ganz schnell heilen habe ich schon gemacht gerade eben das ist und cool hast mich jetzt jetzt so in die fach endlich ja ja ne ganz oh scheiße ich bin tot nein 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 ah scheiße verloren jetzt können wir das mit können wir das vergessen mit Kopfgeldeinsatz scheiße guck einmalig positioniert gewesen und schon war es nix fuck you das war ein geiler geiler scheiß gewesen geiler Loot oh das ist jetzt ärgerlich so ein scheiß oh leck mich doch jetzt am Arsch hey oh so ne geile Mission kriegen wir nie wieder mehr nur weil ich falsch positioniert war ich war zu weit nach vorne ah das ärgert mich jetzt schon wieder aber das ärgert mich richtig das geht mir richtig jetzt auf den Sack dann schreibt er wieder ein du bist zu blöd für das Spiel du musst es so und so machen ah scheitende Leister ja ja hier gucken wir mal beim Händler was der für geile Waffen hat und dann tun wir uns nochmal kurz neue umstrukturieren und dann gucken wir nochmal ja dankeschön ich weiß dass ich Kopfgeldeinsatz verloren habe da ist ja wie so wie wie so wie so wie so muss stoppen sonst wird es hier ein bisschen projekt wo ist mein projekt manager hey projekt manager bist du das projekt manager du bist ja für den siedlungsbau zuständig da ist projekt manager ja die zivilisten können mich jetzt mal hier ich hab dir schon geholfen kann ich dir sonst irgendwas noch spenden 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 also ich brauche jetzt auch komponente müssen noch eins haben was ist hier ok theater die wolle habe ich nix rüstungsteil spenden 15 stunden dafür zeige ich mir kann man da irgendwie suchen im menü ja auf jeden fall ist jetzt erstmal die folge beendet schön dabei gewissert euer christoph die 86